Ja, liebe Studienanfängerinnen und liebe Studienanfänger, mein Name ist Gerhard Uwe-Mendel, ich bin der Oberbürgermeister von Wiesbaden und ich würde Sie gerne persönlich begrüßen. Aber jetzt in Corona-Zeiten geht das leider nicht. Deshalb begrüße ich Sie auf diesem Weg mit einem Video. Herzlich willkommen in Wiesbaden, herzlich willkommen an der Hochschule Rhein-Main. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir sind auf unsere Hochschule unglaublich stolz und wir sind stolz auf Sie, die jetzt diese Hochschule erweitern mit neuen Gesichtern. Die Hochschule hat vor etwas mehr als fünf Jahren gerade mal 8.000 Studierende gehabt, inzwischen sind es 14.000. Wir haben 70, über 70 wirklich hochinteressante moderne Studiengänge. Wir haben eine hoch engagierte Lehrkörper, hoch engagierte Lehrkräfte, Professorinnen und Professoren, die vor allen Dingen auch die Interessen der Studierenden im Blick haben. Und als Stadt sind wir, glaube ich, wirklich attraktiv. Wir haben ein tolles Sport- und Freizeit- und Kulturangebot und wenn die Corona-Zeiten einmal vorbei sind, können Sie diese Stadt, hoffen Sie sich für sich entdecken und entdecken, wie schön Wiesbaden ist und wie gut es sich hier leben lässt. Also noch einmal ein herzliches Willkommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Erfolg und bleiben Sie gesund!